Musik 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 Bismillah 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 Assalamukum Welcome to Pakistan I am very famous for you I am very famous I am still in Tipple Market Tipple Market Here is a variety of dry fruits and wholesale prices available So you can show and ask the prices What are the prices Before you subscribe, don't forget to subscribe and like this video So you can see the most of the upcoming updates And you can say that this is the biggest market Where I am on both sides And where you are looking at These shops are totally dry fruits So you can buy the prices So you can buy the prices So how is this? 800 rupiah And this is the second one This is 400 rupiah And what is this difference? This is the old one This is the old one and the new one And this is the old one And this is the old one This is 500 rupiah This is 500 rupiah This is both American This is 400 rupiah And this is Pista This is 400 rupiah This is 1,400 rupiah This, 400 rupiah 1,400 rupiah ��고 And this is 700 rupiah This is 700 rupiah 1,400 rupiah This is 700 rupiah This is 400 rupiah This is 200 rupiah This is 230 rupiah Yeah, puede be And this is 700 rupiah For einоньذا kangaro Andhehe This is 300 rupiah ingly This is typical That's too tall That's small But Das ist auch ein overwhelm. Hier ist das Bremsen. Hier ist der Bremsen. Hier ist das Bremsen. Das ist auch ein Geschenk. Das ist wie ein oder Ding ist. Der Bremsen dann gerade über wie dieses Jahr 9000-8000 jeden ist. über 4000 Jahre nach 40.000 Euro. Das ist ein Bremsen. Das ist Kuchen Akhwani Badam. Das ist es auch name. Das ist hier im 부분 von Amerikan. Das ist die Farmer. Das ist wie ein Rund? 990. Das sind 1000 Rupiah. Das sind 800 Rupiah. Das ist 400 Rupiah. Das ist 400 Rupiah. Das ist 400 Rupiah. Das ist 1200 Rupiah. Das ist die digitale Basen. Ist es ein Prakistan, ein Basen? Nein, sondern es gibt in Pakistan. Einfot ist auch über die Basen, wer ist es sieht? Was sind diese Basen, die Basen? Das ist die Basen mit Basen. Das ist die Basen, die Basen auch in Basen. Was ist das Rät? 1100 Euro und die Basen auch 1100 Euro. Die Basen sind auch 1100 Euro. Das war die Dier, die Dier waren. Wie bist du von Dier? Dier, die Dier wurde von 400 bis 400. Und das auch als delt. Das ist Dier kei. Das ist Dier, was Dier? Das ist Dier, was es für etwa 60 Robben. Das hier ist alles. Das ist eine Artikel. Vielen Dank. Sie haben eine Kaffee gezogen. Sie können auch das ein Kaffee sagen. Das ist gut, das ist gut. 500 Euro und das sind 600 Euro. Das ist gut. Es gibt einige Kupfer, Kupfer und alles. Ihr bekommt hierher. Und diese ganze Variety. Was die Badaam? 900 Rupfer. 900 Rupfer. American. Und 5,000 Rupfer. 5,000 Rupfer. Und jetzt noch 4,500 Rupfer. Es ist auch 4,500 Rupfer. Es ist auch 3,000 Rupfer. Es gibt eine Schlange Uze. Es gab einen Wachstum. Es ist ein Wachstum. Wir sind hier ein Wachstum. Hier wurde ein Wachstum. Wie far ist das? Es ist etwas Wachstum. 45,000 Rupfer. Ein Wachstum ist das F�chen. In den Momenten waren wir 5,000, Rupfer. Das ist eine Karchung. Wir haben in den letzten Jahren schon seit 19 Jahren und wir werden in den Khandi-Kanwärts gewonnen. Ich wünsche mir, dass die Drei-Food-Kanwärts gewonnen werden. Inshallah. Das ist eine gute Qualität. Ich habe in Lahore gewonnen, die ich in den letzten Jahren hatte, über 9.5-9.000 Euro. Das ist jetzt 4500 Euro. Das ist eine neue Karchung. Das ist eine alte Karchung. Wir arbeiten nicht für die Kitateine, wenn sie weitere Karte bekommen, hat questo keine andere Karteido. Das ist mobility montant. Die Drei-F어� Grand Caption zeigt diverif Kelly. Das istая PerPS-B Torres. Das ist gut für φan counter. Das Wert für 400-Bereich. Das variiert 4400 Euro groups. Das 이거 betrifft, Und dieser gute Zeit. Das ist das Ball. Karteid ist die Schmibe KBS-Greife? Um vollend, was das bedeutet? Was war Kartei? Das ist bei 9,000 Euro. Die Zahl ist von 9,000 Euro. Die Zahl ist von 5,000 Euro. Die Zahl ist von 6,000 Euro. Und das sind die Zahl der Zahl in R��터 2? Das ist die Zahl der Zahl der Zahl. Und das ist ein Nariyl. Das ist ein Indonationer. Was ist die Rädchen? Es ist 400 Euro ein Kilo. Das ist 400 Euro. Das ist ein Indonationer Nariyl. Und das ist ein Angersatz. Das ist 900 Euro. Das ist 900 Euro. Ein Scherl. Eine gute Qualität. Hallo, Herr Alakum. Was ist alles gut? Wie ist die Helle? Ein Scherl. 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 Wir sind hier in den Shoppen und haben auch die Preise bekommen. Wie ist die Mewah? Das ist die Mewah. Das ist 400 Euro. Das ist 4500 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 Euro. Das ist die Amerikaner Badam. Das ist 4500 Euro. 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 Werteid an Dr 1000 $ Das neue Mediabhalt, Milliardenоф results in 400 Kapi. Diese dieser Setzudkarte ist Virenzina. Wie ist diese Virenzina? gute Anzeite, 1,000 Euro. 1,000 Euro. Die der Reise sind 400 Euro. Ok. Und das, Indische Kaju, 200 Euro. Ok, die Anzeite hat 200 Euro. Und das dieses Chambe? Ja und das heißt 4,000 Euro Euro. Dann wird das 3,000 Euro Euro. Ja. Wegen der große, das ist hier! Aber die haben wir in Schandien gelegt! Wir werden 8est. Aber wir werden jetzt 4,000 € aufnehmen. Ich meine, ich habe diese vier Jahre gelesen. Die wird jetzt schon in den letzten Jahr geblieben und vielleicht vermdiesen, wieder werden wir hin. Das sind wir bei den Schandien. Die viaken in die Backwand, ist es www.ein-Bescht. Das ist 400 €. Ein totalmente Pistole? Ja, es ist 1400 €. strong transformierte This band gerou Erten alle amerikaners oder Abdelwadi? Dergröse Amrikan Das er amrikan resistant Is ilmet ordentligt Das ist nicht mehr als die Kilo. Die Kilo ist nicht mehr als die Kilo. Die Kilo ist von 1400 und 1300 Euro. 1400 Euro, 1300 Euro. 200 Euro Euro. Das ist gut. Das ist ein Schertut. Das ist ein Schertut. Das ist eine gute Qualität. Und das ist 200 Euro Euro. Das ist 200 Euro Euro. Wir können nicht vergessen, dass wir die Kilo nicht vergessen haben. Die Kilo sind die Kilo. Das ist 200 Euro 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 Das ist für 200.000 Euro. Okay. Das ist ein kleiner Kilo, das in Lahore ist, mit 300-400 Euro. Hier wird es 500 Euro Euro bekommen. Ja. Wie sind die Chne? 200 Euro Euro. Das ist ein kleiner Kilo. Wie sieht die Chne? Wie ist die Chne? Ich habe mir die Bestes Drei Food Market in meinem Sinne. Das ist der größte Markt. Die größte Markt ist Drei Food. Ich hatte viel Rage und Prices. Die Qualität sind auch unterschiedlich. Sie werden alle Qualität unterschiedlich. Prices sind unterschiedlich. Wir suchen schon viele Sachen, die wir hier bekommen haben. Wenn wir nicht bekommen haben, dann sehen wir die Kosten. Ich werde die Kosten sehen. Das ist die Kosten ganz gut. Die Kosten dieser Kosten sehr hoch. Das ist die nächste Woche. So, inshallah, ihr könnt euch so wie die Videos und schreibtieren. Und ihr könnt euch mit euch die Informationen die ihr euch mit euch mit ihnen share. So, inshallah, in einem neuen Video und eure eigenen Freunde, Allah'Hafiz!